okay und damit wir kommen zu einer folge eine aufnahme wirklich nur mitteilung okay und hier gibt es noch mehr und nein bei wie die property trans passel okay also man braucht das ding nicht man sieht ja auch so also man sieht die auch so sehr sehr gut münze danke so Keep searching for those transponders. We ain't out of the woods until they're gone. This bar stock is more well-traveled than I am. Ah, but that's a extractor. Oh, sehr cool. Ja, ich hab's verstanden. Irgendwelchen Stuff zum Mitnehmen. Ich weiß nicht, was ich sehen würde. Da oben ist noch der Ponder. Oh! Wichtig, wichtig. Komm mal her. Und hier gibt's noch irgendwas. Über mir. This one is locked, sagt sie. Will da oben hin. Komme ich wahrscheinlich, wenn alle Transponder weg sind. Außendingens kommen wir nicht. Nope, außen dürfen wir nicht hin. Aber ich glaube, dass der letzte Transponder tatsächlich nicht hier oben drin ist. Aber hier flimmert's zumindest auch. Also vom Hörn her. Ja, und ich glaube, das Saugnis hat der Transponder. Ähm... 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 Ähm, noch eine Mitteilung. Was ist das? Ein Diagramm. Die Morningstar. Das ist aber eine Waffe, oder nicht? Ja, Controller, ich hab verstanden, dass über mir so ein Ding ist. Ähm... Ähm... Kann ich in die anderen Räume auch alle rein? Oh mein Gott, ja, kann ich. Überall, wo nicht dran steht... No transp... Ah, guck mal. Na, noch eine Minze. Gut, dass ich nochmal umgedreht bin. Waschbecken. Okay. Das ist nichts. Ja, warte mal. Ah, okay, hier ist das Bad dann. Auch geil, Mann. Dann kannst du in der Badewanne sitzen. Einfach rausgucken aus dem Flugschiff. Hat schon was. So, hier war ich drin. Ja, da haben wir das Dingens gefunden. Hier in dem Raum ist eine Runde nix. Oh, Junge. Hadegosh. Das ist ein bisschen nervig, ne? Sicher nicht in Ruhe umgucken, weil man die ganze Zeit vollgelabert wird. Akte. Schön, so einen Transponder in einen der Räume packen, damit die Leute, die dann in dem Raum schlafen, auch niemals Schlaf finden, weil es die ganze Zeit rauscht und rot leuchtet. Wo hätte der hier theoretisch das Bad gehabt? Gar nicht, ne? Er hat hier ja keine weitere Tür. Als ich jetzt hier noch irgendwo einen Schlüssel finde, für das andere Ding, gehen wir da natürlich auch erstmal noch hin. Das, okay. Das ist einfach nur das Bett, was da so komisch dingend ist. Coole Deckenleuchte. Fockstille. Das sind alle, das sind alle, das sind alle, das sind alle. Was? Ich habe aber auch keinen Schlüssel für da oben gefunden, was ein bisschen schade ist. Ich hatte gehofft, hier ja eventuell einen Schlüssel zu finden. Aber nö. Oder ist das jetzt automatisch offen, wo die ganzen Transponder weg sind? Hätte ich sie dafür besiegen müssen, um den Schlüssel zu kriegen? Ich glaube, ich habe ja den einen Schuss gefressen und bin dann daran ja gestorben. Theoretisch. Eventuell kriege ich auch irgendwo die Fähigkeit, Sachen zu anlocken. Kann ja sein. Lockbreak oder so. Mal gucken. Hier oben ist sonst auch nichts. Naja, ich weiß, dass das da oben drin ist und dass da oben auch noch wahrscheinlich ein Extrakter drin ist. Aber bringt ja nichts, wenn ich da nicht hinkomme. Okay. Hier da hinten, da komme ich nicht rein, ne? Oh, doch. Ah, okay. Hier ist die Brücke. Warte mal, stopp. Nee, dann. Lass mich durch. Danke. So. Dann will ich doch nochmal hier oben gucken. Aber das hier oben war, glaube ich, nur ein Rundgang, wo nichts weiter war. Die Tür ist dicht. Okay. Obwohl es sich so anheizt, wenn hier irgendwas ist. Noch nicht genau was. Na gut. Achso, wie viele Dingenspunkte haben wir denn eigentlich? Wo kann ich das nochmal sehen? Hellands ist ja nur das. Naja. Ah ja. Vier Punkte. Sehr gut. Was hätten wir denn theoretisch? Für Schattensprung. Sie können so einen netten Gegner, aus dem du hier rausspringst. Schaden erleidet. Ja, das würde ich gerne haben. Ah, okay. Aber es blindet ihn auch. Ah, nein. Ich wollte was anderes mitnehmen, ich idiot. Ich wollte doch auch Elite-Gegner ausnocken können. Na egal. Machen wir als nächstes. Ach, verdammt. Ich habe die Transponder-Gegner aus. Perfect timing, too. Wir kommen auf unsere destination. Good to see you, Luther. Mara. George. Looking forward to one of your famous old passions. Astrid? Cockpit's that way. Amina. Fortunato. I knew you'd pull it off. Hello. Right. Haruna, this is Bukhra. That logistics partner I mentioned. Bukhra, meet Haruna. Angellte. May I have a word? Look, I'm not trying to cause any trouble. It's no trouble. It's just, Bukhra wasn't expecting a guest. I get it. It's just we had a deal. A deal? So we did. Look. How to hell with this? I know who you are. What are you saying, Luther? Now, hold on. Just listen. Your abilities. The Ascendants are searching for an amulet. Your amulet. I don't know what you're talking about. They can't be allowed to have it. We need it. Please. We wouldn't be here if it wasn't life or death. The amulet is gone. What do you mean gone? I mean it's gone. I lost it years ago and even if I hadn't. A journal. It'll eat them too. I have to go. Rekha's alive. Vincent didn't kill her like you figure. They're holding her. But we want to bust her out. You could help us. Help her. Please, there's a shakedown. Who are you, people? We're the leap year society. Follow me. And I'll kill you both. We bet everything on that girl. I'm not ready to say Uncle Quite just yet. But stay close. Give her some time. I sincerely hope you know what you are doing, Luther. So do I. I'll get you. 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 The journal is certain to lead those ascendants right to the village. Das wollen wir natürlich ja nicht Schön hier Aber ich wette leider auch hundertprozentig die Gegner nicht Putz Kommen wir nicht weiter Also hier hoch Anscheinend oben lang Relativ obwieso Hi Schnupfass aber sehen Nein. Sie sagen, sie wusste, über deine ... Meine Talents. Das ist das, was sie nennen. Talents? Kannst du das glauben? Und sie sagte, sie konnte mir teachen. Show mir, wo sie kommen, wie sie benutzen. Haruna. Hast du sicher, dass du diese Frau glaubst? Reika. Her Name ist Reika. Und ich glaube sie. Hat sie dir diesen Anbelangst? Oh, Hazzard. Du wirst alles ausprobieren. Komm schon, der erste in der Stadt. Hm. Ich muss mich ja immer ein bisschen mehr umgucken, ne? Da vorne irgendwo. Unter mir. Da unten. Mhm. Darüber springen. Okay. Zack. I take those. Zeichen des Lebensbaums. Harunas Gesundheit ist gestiegen. Ach, diese Augenhacker. Da kommen wir von der anderen Seite aus hin. So, irgendwo müssen wir da runter. Wow. Leckidi-leck-leck. Hm. Hm. Mal nie gefunden. Das haben wir. Wir hatten das ja noch nicht gelernt, glaube ich, ne? Also die... Das hier... Ja. Vier Punkte brauchen wir dafür. Hm. Da müssen wir runter. Äh... Ich hoffe, dass ich dazwischen irgendwo mal da irgendwie hinkomme. Oder halt von der anderen Seite. So many lazy summer days beating the Zarduk Golly. I just wish the last time we played was a better memory. Hm. You haven't taken that ambulance off. This is the day you walk in with it. What's it to you? Maybe I don't want to take it off. I don't like it, Luna. It's unnatural. Do you think me unnatural as well? No, of course not. It's just that it helps me focus my powers aside. Besides, Rika told me to never let it out of my sight. And do you do everything Rika tells you? Sonia? Hm. Hm. Hat er irgendwas gehört? Hat sich an, als wenn da irgendwer komische Geräusche macht. Und... Danke. Hm. Hm. Was machen wir noch mal zwei? Hm. Hm. denn hier oben irgendwas machen? Ah ja. Achso. Okay, das ist einfach nur so ein Sideway. Würde es mir wehtun, darunter zu fallen? Ich weiß es nicht. Ich gehe lieber hier lang. Genau, und hier unten wäre das. Ich weiß nicht, ob wir... Na, wir hätten wahrscheinlich auch von da einfach runter droppen können. Naja, geil. Mhm. Kommen wir jetzt zu dem Punkt. Fehlt uns nur noch einer und dann können wir auch Elitegegner ausschalten. Muss nur beim nächsten Mal dran denken. Ich danke dir so viel. Vielleicht sollte man einfach nur mit Rekha leben. Azad, das ist mein Haus. Das Dorf ist meine Familie. Du bist meine Familie. Dein Herz kann hier sein, aber dein Geist ist bereits weg. Ich war blind, aber du warst, Azad. Ich hoffe, dass du einen Weg gefunden hast. Nein. Ich bin nicht der selten Weg, aber es ist die einzige Option, die ich habe. Was ist ein bisschen? Ich bin nicht. Es ist ein bisschen. Nein. Ich bin nicht derfletzt vor dem Jungs, aber ich habe ihn schlimmer als ich mit meinen Händen gemacht. Ich bin nicht zufrieden, als ich mit meinen Händen gemacht habe. Du kannst nicht wegkommen! Huch, da hab ich mich kaum ein bisschen selber erschrocken. Okay, cutscene. Okay, und genau an der Stelle. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao!